Zwei Frauen zeigen den Männern, wo es lang geht. Tun Sie doch nicht so, als ob es Ihnen keinen Spaß machen würde. Wie könnte wohl in Ihrem Fall eine Traumfrau aussehen? Und dann im Loch einen Rücken zum Aufblasen? Die neuen Serien im Dezember. Eine für alle, Montag bis Freitag. Und typisch Sophie, die Doppelfolgen. Jeden Donnerstag ab 20.15 Uhr. Einen Termin ausgemacht? Nein, aber ich dachte, ich komme einfach mal so vorbei. Nur auf Romance TV. Zeit für Gefühle. Zeit für Gefühle.